Hallo, herzlich willkommen mein faulhafter Steinbock. Schön, dass du hier mit mir, ich bin die Viu, in die Energien für den Mai hier mit reinschaust. Wir schauen heute wieder in den Kaffeesatz rein, was ich dir denn in fließender Zeit sagen darf. Und zuvor möchte ich hier ein paar Energien von den Skatkarten haben, von den Phänomenkarten, die dir etwas mit auf den Weg geben möchten. Du weißt Bescheid, wir sind hier im Kollektiv. Du nimmst nur Stimmiges an und alles andere lässt du bitte davonziehen. Okay, deine zwei Ersten sind schon raus, dann brauchen wir nur noch eine. Du weißt Bescheid, Sternzeichen, Astidenten, Mond und Venuszeichen, wo auch immer du hier bist. Es muss nicht immer alles mit dir in Resonanz gehen, aber da du mich hier eingeschaltet hast, ist hier bestimmt wenigstens eine Botschaft, die für dich hier bestimmt ist. Bevor ich aber in die Deutung dieser zwei Karten gehe, muss ich bei dir sagen, ich habe bei dir schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, während ich mich schon darauf vorbereitet habe, dass ich dein Video hier mache, mit Gemütlichkeit, mit Gemütlichkeit, ja. Die ganze Zeit summt das in meinem Kopf herum. Mein fabelhafter Steinbock, ich weiß, du bist von der Persönlichkeit her sehr fleißig, sehr engagiert, sehr tatenkräftig und gibst dir eigentlich meistens zu wenig Raum, Zeit für dich. Und es kommt nicht von ungefähr, denn so etwas passiert nicht, wenn ich mich hier einstimme auf die Videos, einfach so. Es sind einfach innere Sachen, die hier gesagt werden müssen. Fange etwas endlich mal mehr mit Gemütlichkeit und spielerisch, singerisch, nicht so verbissen, darf ich hier für irgendjemand sagen, trifft nicht auf alle zu, zu tun, in den Alltag hier reinzuleben. Wache morgens auf und sag dir, mit Gemütlichkeit, sorry, wenn ich das wiederholen muss, aber es lässt mich nicht los. Es ist hier für irgendjemand von euch ganz, ganz, ganz arg wichtig, dass endlich das Leben die Gemütlichkeit bei dir hier erfahren darf. Und jetzt schauen wir, was das hier für zwei Karten sind, bevor wir hier die dritte nehmen. Okay, unerwartete Veränderungen kommen jetzt auf dich zu. Meistens sehr, sehr überraschend, aber gut, denn wir haben, die nächste Karte ist, es ist hier eine Überraschung, eine Veränderung, ein Ereignis, wo von überbrückbarer Zeit, kurzer Zeit, es ist etwas, wo sich für eine bestimmte Zeit jetzt in die Veränderung bei dir im Leben bringt oder wo neu dazukommt oder wo eine Person, ein Mensch, der jetzt für eine kurze Zeit immer an deiner Seite ist, der jetzt vielleicht deine Hilfe braucht mit Gemütlichkeit, vergess es bitte nicht, ja. Vielleicht ist es auch diese Person, wo jetzt dich auch ein bisschen bremst und dir die Gemütlichkeit für eine kurze Zeit schmackhaft macht, dass du sie dann auch ein bisschen mehr leben kannst. Auf jeden Fall sehe ich hier überraschend ein Ereignis, eine Person, die vorübergehend in dein Leben kommt. Bei den einen oder anderen wird es hier auch ein vorübergehender Job sein, darf ich an dieser Stelle hier noch sagen. Okay, was kommt denn hier jetzt noch? Eine Karte möchte ich noch, wenn es eine wird. Etwas Zuverlässiges und etwas Realistisches. Das ist hier noch eine Botschaft, die durchkommt. Oh, das scheint hier tatsächlich eine geplante Reise auch zu sein. Ein geplanter Umzug für die einen oder anderen, überraschend und dann geplant. Ich weiß, das sind zwei Widersprüche, aber überraschend wird es geplant, ja. Doch für ganz, ganz viele im Kollektiv steht hier ein Weg, eine Reise, eine Ferne an. Eine Person aus der Ferne, die dich vielleicht besucht, eine Person, die du, die in der Ferne lebt, besuchst, ja. Es wird sich hier kurzfristig, überraschenderweise, eine Planung ergeben, was eine Veränderung mit dem Häuslichen, aber auch, es kommt hier bei mir tatsächlich wirklich durch, kostet diese Reise das Geld und sie ist es wert. Es mag hier tatsächlich im Kollektiv sein, dass der eine oder andere vielleicht jetzt auf eine Reise oder auf ein Ziel sich etwas vielleicht auch, wenn es keine Reise ist, fürs Zuhause etwas verschönern, etwas zulegen, etwas Materielles gönnen. Und das ist, vielleicht sagst du, das ist zu viel, das ist zu teuer, das ist es doch nicht wert. Ich kann dir hier an dieser Stelle sagen, es ist es wert. Es kann hier auch sein, ein Aufwand, um mit einer Person zusammen zu sein, in welchem Bereich auch immer. Ein Aufwand, um einfach etwas für kurze Zeit hier genießen und erleben zu dürfen. Und wenn das auch Geld kostet, wo du sagst, das habe ich eigentlich gerade nicht. Wenn du dich dafür öffnest und sagst, das steht mir zu, dass ich das erlebe, dann kommt meistens das Geld aus irgendeiner Richtung. Also zumindest habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich etwas mir vom Herzen wünsche und sage, ja, das ist jetzt wirklich richtig von mir. Ich rede jetzt nicht von Millionen, ich rede jetzt eher von kleineren Sachen, ja. Dass dann komischerweise irgendwo was zurückbezahlt wird, sich wieder was ergibt und auf einmal ist das alles machbar. Doch wenn ich mich da verschließe, weil ich sage, jetzt habe ich so viel gearbeitet und das kann ich dafür haben und so lange muss man dafür arbeiten und die Zeit, die ich dafür gebe, um überhaupt an den Ort zu dieser Person hinzugelangen. Das ist doch alles zu viel. Nein, es ist alles nicht zu viel, darf ich hier für irgendjemand von euch sagen. Also es kommt tatsächlich für einen kurzen Zeitabschnitt überraschenderweise eine neue Planung in dein Leben hier wirklich rein. Und jetzt schauen wir noch, was uns die Kaffeetasse hier verraten möchte. Okay, etwas ist sehr, sehr offen. Eine Entscheidung hier steht definitiv aus. Vielleicht für einen neuen Vertrag, einen neuen Kaufvertrag oder die Buchung tatsächlich einer Reise oder eine Ferienwohnung. Ein Ferienhaus im Ausland, in der Ferne, in den Bergen, muss ja nicht immer Ausland sein. Also irgendetwas wird hier tatsächlich noch an einer Entscheidung ausstehen. So, jetzt schauen wir hier rein. Okay, höre gut zu, was man dir sagt. Höre zwischen den Zeilen. Dann wirst du mehr von weniger Gesprochenen hier tatsächlich haben. Ein E zeigt sich noch auf. Und ein D. Irgendetwas möchte ich hier, etwas Neues möchte ich hier geboren werden. Ich habe hier aber wirklich das Gefühl, dass es etwas Materielles, Alltagsmäßiges ist. Entweder etwas, eine bestimmte Routine in deinen Alltag, in dein Leben hier reinzubringen oder tatsächlich etwas wie, etwas möchte geboren werden. Es möchte ein neuer Wohnort, es möchte ein neuer Urlaubsziel, ein neuer Gegenstand. Also so in der Art empfinde ich das hier. Also jetzt weniger zwischenmenschlich in diesem Bereich hier. Möchte ich hier geboren werden und da verschließt du dich davor und siehst gar nicht, wie das in eine Stabilität, in eine Beständigkeit, Stabilität und Beständigkeit zeigt sich hier gleich, ja, mit rein integriert werden kann. Irgendetwas zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Immer wieder kehren und kaum, wenn du denkst, das ist jetzt vorbei, jetzt ist es am Tiefpunkt und es kann nicht mehr kommen, kommt es wieder. Also irgendetwas ist immer, immer wieder wiederkehrend. Irgendjemand. Und das steht dir jetzt auch für die nächste Zeit hier wieder mit bevor. Ich habe hier ein Gesicht mit nicht besonders langen Haaren, aber so schulterlangen Haaren, wo tatsächlich mit einer Aussage, mit einer Handlungsweise, ich denke mal, das ist jemand aus deinem Umfeld, natürlich kann es kollegial oder auch privates Umfeld hier sein, nicht so ganz zufrieden ist. Und du stehst da irgendwie dabei und entweder redest du hier gut zu oder du bist die Person, die diese Aussage, die das mitgeteilt hat und irgendjemand in deinem Umfeld ist dann so richtig unzufrieden. Sorry, wenn ich das sage, es kommen hier nicht nur gute Botschaften durch. Amtliche Angelegenheiten sollten nicht verschoben werden, sie sollten jetzt erledigt werden. Irgendjemand ist hier auf einem Boot oder auf einem Schiff, auf einer Yacht, auf einem Floß und lässt sich hier der Strömung, mit der Strömung ziehen. Ich kann hier an dieser Stelle sagen, gib dir den Flo in deinem Leben und lass dich mal mitreißen und mitziehen. Dann habe ich hier einen Baum gleich nebendran. Du bist stabil, du bist in einem gemachten Nest, wenn ich das sagen darf. Du bist in einer gewissen Stabilität, auch emotional und gefühlsmäßig. Und jetzt darfst du dich einfach auch mal trauen, deine Seele baumeln zu lassen und dich einfach mal mitreißen zu lassen in etwas, wo man springen kann, man leicht ist, man immer wieder in die Höhe des Ethrenalin hat und absinkt. Das Leben soll nicht nur vom Schaffen, Schaffen, Schaffen hier bestehen und Pflichten, obwohl amtliche Angelegenheiten bitte erledigen, ja, und Pflichten hier bestehen. Ein A, höchstwahrscheinlich ist das A aber bei dieser Person oder bei diesem Ort, bei dem etwas, nicht der Anfangsbuchstabe. Das kommt hier so bei mir durch, denn das A ist ein kleingedrucktes A. Keine Schreibschrift, gedrucktes A. Zwei Menschen, die sich die Hände reichen zum Tanzen, Tanzen gehen, Ausgehen. Tanzen gehen, Ausgehen. Auf jeden Fall. Und ein Storch auf einem weißen Hügel. Also etwas Gutes, was jetzt gerade in dein Leben kommt. Eine gute Sache, die jetzt in dein Leben kommt. Es kann hier tatsächlich mit dem A etwas zu tun haben, weil das hier alles so miteinander verbunden ist. Oder mit diesen Menschen, wo man sich die Hände reicht, ja. Vielleicht auch zum Tanzen, aber Hände reichen, das können auch zwei verschiedene Sachen sein. Mit der einen Person gehst du tanzen, aber irgendwo werden dir die Hände gereicht. Und nicht nur eine Hand, es werden beide Hände gereicht. Also man fasst dich so an den Händen hier an. Und dann kommt hier noch ein bisschen weiter dann davon entfernt eine Acht. Okay, es wird hier bei irgendjemand eine Maske fallen. Und zwar eine Clowns-Maske. Irgendjemand hat hier sich zum Clown gemacht oder hat immer, das kannst auch du sein oder einem Gegenüber, zu, ja, immer so diese Freude und dieses alles leicht sehen und, ja, dieses Clown immer lachen und immer gut drauf sein. Aber diese Clown-Maske fällt hier und du wirst hier in deinem Umfeld erfahren, wir hatten ja vorhin diese Person, die nicht so ganz happy war, ja. Dass es jemandem in deinem Umfeld nicht ganz so gut geht, wie diese Person immer so vorgaukelt. Diese Person tut sich dir anvertrauen. Auf welcher Ebene diese Person hier auch immer ist, denn es muss jetzt sein, es muss bei dieser Person raus. Es ist ein Punkt hier angekommen. Entweder ist es etwas, wo mit dir oder einer dir sehr wichtigen Person zu tun hat. Auf jeden Fall muss es etwas mit dir zu tun haben, denn sonst würde das hier nicht so sein und es muss jetzt ausgesprochen werden. Du wirst hier wirklich, ja, von irgendjemand, wo du denkst, oh, die Person ist immer gut drauf, die Person spielt alles runter, die Person macht sich über alles lustig. Es kann hier auch sein, dass sich jemand über dich, über irgendetwas lustig macht und es dich vielleicht auch gekränkt hat. Das kommt ja auch noch als Botschaft raus und dass das jetzt tatsächlich ans Tageslicht kommt, diese Maske kommt runter. Die Person hatte dich gar nie vorzukränken, sondern sie konnte damit irgendwie nicht umgehen. Und da darf jetzt eine Aussprache tatsächlich stattfinden. Es ist zwischen dir und einer Person hier ein karmischer Zyklus beendet. Und jetzt gilt es, hier einen Neuanfang zu machen. Einen Neuanfang, gemeinsam nach den Sternen greifen, gemeinsam etwas verankern hier. Dieses Verankern und nach den Sternen greifen kann aber hier für den einen oder anderen tatsächlich auch bedeuten, dass jeder jetzt seinen Weg macht und seinen individuellen Stern hier sucht. So, eine Drei. Irgendetwas ist hier unausgewogen an materiellen Dingen, an Geld. Vielleicht ist es auch so, dass du für irgendjemand etwas zu viel bezahlt hast, jemand von dir hier irgendetwas zu viel wollte oder du hast hier irgendetwas zu viel bekommen. Es kann hier wirklich auch tatsächlich so sein, dass wenn du an der Kasse bist, du zu viel Rausgeld bekommst oder tatsächlich man dir vergisst Rausgeld oder ein Teil des Rausgelds oder dir falsch etwas rausgibt. Das zeigt sich hier auch noch auf. Eine Schleife, man hat hier eine Schleife. Man möchte hier irgendjemand beschenken, ein Geschenk machen. Die Schleife ist sehr, sehr klein. Es kann hier auch sowas sein wie ein Mitbringsel, wenn man sich besucht. Und ich habe hier wieder diese Noten. Mir kommt es ja mit Gemütlichkeit. Ja, ich kann nicht gut singen, aber und das sind die Noten. Ich habe hier wirklich das Gefühl, fang mal wirklich etwas an, gemütlicher anzugehen. Und was ich dir hier noch sagen darf, Musik, Musik, ganz viel Musik. Wir hatten hier das Tanzen kam durch, hier die Noten, meditative Musik oder einfach nur, wenn Gedanken kommen bei dir oder wenn du wieder so in dem Flow bist des Tatenkranchs und nur zu schaffen und abzuarbeiten, dass du dir dann irgendwie Musik einschaltest und ein bisschen einen Fokus auch auf was anderes legst. Also mit Musik sollte hier irgendetwas bei dir tatsächlich durchgebrochen werden. Ein O zeigt sich hier noch auf. Und eine Person mit einem Hasen. Wenn ich so schaue, sehe ich das als, also eine Person schaut, dreht sich um und da ist ein Hase. Es kann sein, dass du tatsächlich einen Hasen als Haustier hast. Aber wenn ich so schaue, dann sieht es für mich so aus. Die Person sagt zu dem Hund, na komm, auf, gehen wir weiter. Also eine absolute Alltagssituation, wobei hier jetzt tatsächlich sich bei mir noch bemerkbar macht, du hast treue Menschen tatsächlich an deiner Seite. Auch wenn sie manchmal hacken, schlagen. So, jetzt bin ich gespannt, was ich dir hier noch sagen darf. Du hast etwas Großes und Wunderbares schon in deinem Leben geschafft. Es wird, jetzt kommt das wieder, Zeit für Gemütlichkeit. Du und eine andere Person, schaut euch doch genauer an. Die Gesichter sind hier nicht zu erkennen. Jeder wurstelt nur vor sich hin. Es wird Zeit, dass man sich mal in die Augen und ins Gesicht hier reinschaut. Wer das auch immer sein mag. Und da ist diese Geburt wieder. Dieses, es wird hier etwas Neues geboren. Es kann hier tatsächlich zwischenmenschlich sein, dass du und eine andere Person hier endlich mal das wahre Gesicht, die wahren Bedürfnisse, die Seele mal vom anderen Menschen hier sehen dürft. Ja, also ich kann hier nur sagen, ja. Es ist gerade echt absolut beahnt. Und es sollte eine neue Richtung definitiv angefangen werden. Dann, lassen wir es noch ein bisschen weiter fließen, ob es mir hier noch Informationen oder intuitiv noch was durchkommt. Nach einem kleinen Abstecher, vielleicht tatsächlich dieser Urlaub, den du dir gönnen solltest, dieser Trip, diese Bootsfahrt, ja. Wird es wieder alles weiterlaufen. Du darfst mal für einen Moment ausbrechen, mal etwas erleben. Und die Beständigkeit, die du hast, die geht dir nicht verloren. Die ist hammermäßig unendlich lang. Und als ich es gedreht habe, kam das Ja. Ich kann dir hier sagen, ein Ja für irgendetwas. Also sorry für meine Ausdrücke, aber es sind auch die Gefühle, die hier bei mir rauskommen. Du darfst dir auch etwas abgeben. Du darfst dir etwas an Pflicht, an Aufgaben, an Status, an Vermögen, an materiellen Dingern, die du nur vielleicht putzen musst, auch tatsächlich abgeben. Du bist hier absolut geerdet. Du bist hier absolut stabil. Absolut. Hammer. Hammer. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles, alles Liebe und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und würde mich freuen, wenn du schon mal wieder mit dabei bist. Vielen Dank.